Wir machen rechts ab, da ist mein Armdicker. Nein, das ist so eine Rechenobahnung, mein Lieben. Muss aufnehmen, bin ich anspannend. Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt die nicht einstudierte Folge, die Verschiedenen. Und glaubt mir, das strengt sich an, er wird in die Enten mal gewinnen. Gestern habe ich ein paar Mal übers Bett geschossen. Das stimmt. Ja, zum Zimmer, ne? Ja, so ein Hochzimmer. Da muss er bis zum Mausch haben. Jetzt gleich wieder losrennen mit so einem Sprechtag, ne? Mit Faust? Ja, das muss man so kommen. Das muss man schon arbeiten. Ja, nach Rücken, Faust. Mit einem zweiten Finger. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich gehe ihm nicht die Hände weg, ich gehe in die Hände weg. Ich lasse mich nicht auswachen, nicht auswachen. Die Hände weg, ich gehe in die Hände weg. Frau Forst, das Lied von dem berühmten Schlagesänger aus Deutschland. Kennt ihr das Lied, Frau Forst? Er ist echt gesund. Klar, schläge. Bitte. Nochmal. Du musst doch drücken. Ja, mach ich doch mal. Mach die ganze Auge. Ich will dann was in das Kausflug. In den Armen, guck mal. Jetzt kommt mein starker rechter Arm zum Zug. Bis auch gut. Ja, starker. 31,7 Zentimeter aufgepumpt. Das ist mal warm. Du machst vorst, ich mach Handfläche. Gut? Ja. Ein Vortrag. Vortrag. Nochmal so. Von vorne. Lass mich atmen. So. Und los. Los. Letzter Versuch. Dann kannst du ja jetzt Glück. Ich war nicht bereit. Einer zählt nicht bereit. Wer wird zählen? Warte mal. Hier, er müsste zählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warte mal. Warte mal. Ich war nicht bereit. 1, 2, 3. Ich bin schon tot. Okay, also für die Kamera braucht ihr es nicht mehr zu machen. Applaus für mich. Ich habe gedacht, dass du so spattig bist. Ja, ich auch nicht. Bei der Masse ist der Wahnsinn. So einen Menschen habe ich da geschubst. Danke. Danke. Danke.